hi leute das ist ein bisschen ungewohnt weil ich habe ja gerade facecam an heute werde ich mit euch mal gucken rick & morty ist eine geile serie wenn ihr sie nicht kennt dann könnt ihr auf jeden fall diesen kanal abschecken weil der ist geil leute ist echt geil gibt es also geht ihr löscht den kanal wer weiß wie lange er noch existiert ihr wisst ja urheber recht und so also auf jeden fall erst unten verlinkt dieser kanal erst eigentlich ganz gut hier in meiner neuen playlist ist ein neuer song rick & morty season 2 ending song er ist ganz geil checkt ihn auf jeden fall aus ja das ist relativ geil den kanal könnt ihr natürlich auch abschicken aber auf jeden fall wenn ihr rick & morty nicht kennt oder gucken wollt dann empfehle ich euch diesen kanal ist echt ganz geil ja das war es eigentlich schon mit dem video wird heute noch ein video bringen weil das ist jetzt eigentlich nicht so spannendes video gewesen ich will euch nur eine serie vorstellen ja gut das war es auch schon mit dieser wunderschönen aufnahme weiter wenn ihr noch mal so was sein wird wenn ich irgendwie so eine serie für euch nachgucken wann wo man die halt kostenlos gucken kann schreibt es in den kommentaren ja ganz schön leute entspannt euch mit rick & morty den besten humor der fällt